Grüß Gott, Ladies and Gentlemen, Servus die Merlen, Servus die Burgen. Wir begrüßen euch von dem schönen, netten Städtchen Linz in Upper Austria, Österreich. Wir bringen demnächst einen neuen schönen Oldschool-Katalog raus. Schwerpunkt Panet, Early Shovel, Shovel und Evolution. Im Oldschool-Style natürlich auch homologiert, sprich mit allgemeiner Betriebserlaubnis und auch für die Schweiz mit DTC-Papier. Einen kleinen Ausblick haben wir jetzt mit einer Upswip-Anlage, ein bisschen auf Oldschool, ein bisschen mit E-Panger, ein bisschen Frisco-Style von den 60er, 70er Jahren. Wir hören sich ganz kurz einen Soundcheck an. Ich denke mal, wir fangen an zu hören. Ich denke mal, der Sound ist sehr dumpf, wir bewegen sich nur im legalen Bereich. Und auch der Tatsangenehm. Und ich denke mal, der ist fast das Herz der Tätchen, die Börschung. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit unserem neuen Katalog. Wir warten mal. Schöne Bullen, Freifahrt und bis zur neuen Saison. Ich wünsche euch einen schönen Tag aus den schönen Österreich, und zwar aus der Hauptstadt von Oberösterreich, Linz. Wir bringen demnächst einen neuen Folder raus, und zwar für Panet, Early Shovel, Shovel und Evolution. Ein bisschen auf Oldschool-Basis. Wir haben da ein kleines Projekt. Wir machen ein kleines Soundmanagement, dass ihr alle miteinander viel Freude habt, wenn demnächst ein Markt erscheint. Also, wir legen los. Man soll jetzt vielleicht noch aussperren, auch noch. Vor der Kamera ist meiner einen ein bisschen nervös. Arbeit. Aufmer, 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 weg. 福